So, alles ja Freunde, alles auf grün hier. Dann würde ich mal sagen, na bitte schön, auf diese Weise starten wir unsere Reise. Rauf geht es mit euch auf 80 Meter hier. Liebe Damen und Herren, liebe Fluggister, hier schaue ich hier in Köln, herzlich willkommen am Bord des höchsten und transportablen Kettenkarusens in der Welt. Wir haben zum Glück mit Mind Control die Schadfreigabe für unseren Flug bekommen und wir werden in Kürze über den Flug von 80 Meter erreichen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ladies and Gentlemen, you are now ready for take-off. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Welcome at the Concord. Hoop! Sofía! Sofía, Mama! Sofía! Sofía, Mama! Sofía! Tempo! Yeah, the Pegasus is actually clean! Sofía! 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 Jetzt alle klatschen, jetzt alle klatschen, jetzt alle klatschen, jetzt alle klatschen. So, hier sind wir hier, hier sind wir hier, hier sind wir das letzte Stück in der Erde gegen und wir sammeln ganz recht herzliches Mützi Götzjeck. Und auf Wiedersehen.